Ich bin Jördis Meister, Theaterplastikerin und Puppenbauerin und habe für die Semperoper für die neue Inszenierung Platé zwei Puppen gebaut. Die beiden Puppen sind eine Eule und ein Einhorn, die beide Bewegungsfunktionen haben. Die Eule kann mit den Flügeln schlagen und mit den Augenklappen. Die Augenklappen funktionieren so und leuchten können die Augen auch. Die Vorgaben waren zwei Zeichnungen, ein paar genauere Spezifikationen. Also das Gewicht durfte fünf Kilo nicht überschreiten von Eule und Einhorn. Gebraucht habe ich etwa anderthalb Monat zum Bauen. Besonders aufwendig bei solchen Puppen ist die Mechanik. Hier gibt es sozusagen einen Zug, den man nach oben oder nach unten zieht. Hier ist ein kleiner Ring, damit man es besser anfassen kann und dadurch öffnen sich die Augen und schließen sich. Im Stück verwandelt sich Jupiter in eine Eule und ein Einhorn, um sich Platé zu nähern. Das Einhorn hat auch verschiedene Funktionen. Man kann bei dem das Klappenholz bewegen und dann hat es ein ausfahrbares Horn, was eine kleine Anspielung auf Jupiter und seine Männlichkeit darstellt. Ich schaue mir die Generalprobe wahrscheinlich an. Mal schauen, ob ich dafür Zeit finde, aber ich hoffe es sehr. Und da bin ich ganz neugierig, wie sich die Puppen dann ausnehmen. Ich schaue mir die Männlichkeit darstellt. Vielen Dank.